Willkommen bei Janus Moratti bei der exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei der heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schaut Kanal-Info, da ist mein Alter und mein Geburtsdatum und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch und TikTok. Und schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos angucken und mein Logo. Und teilt das Video mit euren Freunden, besten Freundinnen, Familie, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Snapchat, überall könnt ihr das teilen. Und hier haben wir Tabakpflanze. Der ist am Wachsen. Der hat sie richtig so hinauf geschoben. Da ist die Schneerose und Kamille, kriegt auch Blüten. Und da ist der Mandelbaum. Schaut so aus. Ja. Und hier haben wir den Rhabarber und die Nordmandane ist am Treiben. Und da haben wir zwei Bananenableger bekommen gestern. Und da haben wir Mais und die Sonnenblume und weiße Schneerose. Sommerblumen, Sommerblumen, Sonnenblumen und die Stiefmittelchen. Und da haben wir auch die Sommerblumen. Und Boric, Gurkengraut, Boraco. Ja. Der blüht jetzt. So schauen die Blüten aus. Und das ist der Kaki-Baum und er treibt auch ganz gut. So schaut der aus. Ja. Schaut auch super aus. So schaut das jetzt ganz aus. So. Jetzt muss ich noch was zeigen. Das habe ich vorher vergessen. Da habe ich zwei Weinberg Pfirsich. Früchte. Schaut das nicht toll aus. Ich bin so froh. So schaut die Rose aus. Viele Blüten. Das ist die Weinpflanze. Die ist schön ausgetrieben und sie treibt noch immer weiter aus. Schaut die toll aus. Das sind wunderschöne Rosen. Schaut sie das an. Die riechen so gut. Da ganz so lange wachst. Hier haben wir Balkonblumen. Die wachsen auch ganz gut. Da haben wir noch die Stiefmittelchen. Schauen auch ganz schön aus. Da haben wir auch noch eine Balkonblume. Die schaut auch noch wunderschön aus. Aber die ist trocken. Da haben wir auch die Balkonblumen. Schauen auch ganz gut aus. Die gelben tun sehr gut riechen. Das kann ich euch zeigen. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut sie in die Videobeschreibung. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Schaut sie Kanalinfo vorbei. Bis. Und schaut bei ihr vorbei. und am Ende des Videos. Kannst du drei Videos andrücken. Und mein Logo drücken. Und abonnieren. Und schaut. Das Video teilen. Mit eure Freunden. Familie. Beste Freundinnen. Auf Whatsapp. Auf Twitter. Auf Twitch. Auf TikTok. Überall. Kannst ihr teilen. Und bis zum nächstes Video. Bis zum nächsten Video.